Hier wirst du sterben, der Sieber! Ich versuche nächstes Jahr noch mehr Streamer dazu zu bekommen, das auch zu boykottieren. Es gibt ganz klare Verantwortliche und ich werde euch drei Namen nennen und wir fangen an mit EA. Schon in FIFA 0,9 konnte man Packs ziehen und jedes Jahr kann man EA im neuen FIFA-Teil sein Cash als Donation zustecken und hoffen, dass man Messi zieht. Nur um ihn dann ein Jahr später basically wieder zu verlieren und ihn neu ziehen zu müssen. Und EA, ihr ändert auch nichts daran, nur weil ihr euer Spiel von FIFA in EA Football Club umbenennt. Aber ein Versuch war es wert, ein sehr guter Versuch. Aber sind wir mal ehrlich Freunde, man kann es EA nicht wirklich übernehmen. Eine gewinnorientierte Firma, gebt uns euer Geld, Blutboxen, Cash kommen sie in, wir sind rich. Weiter geht's, neuer FIFA-Teil kommt raus, genügend Leute kaufen es wieder. Und bevor wir es vergessen, neuerdings haben wir Frauen in FIFA. Wuuu, Gleichberechtigung, danke schön EA. Danke schön, wirklich danke. Aber man muss ja sagen, eigentlich ein relativ gutes Update, wenn du überlegst, dass FIFA eine Spielreihe ist, die ihr maximales Potenzial schon vor gut 10 Jahren ausgeschöpft hat. Aber gut, schießen wir nicht nur die ganze Zeit gegen FIFA. Gehen wir auch mal zu den weiteren Experimenten mit, denen EA unsere Gehirne über die Jahre belastet hat. Und ganz klar kommt uns dann in den Kopf, Star Wars Battlefront. Ein Game mit absolut geiler Grafik. Ich habe Battlefront geliebt, aber das Lootboxen-System war abartig. Das Game war alles nur nicht fertig und dazu einfach wie der erste Teil. Also mal wieder eine überstürzte Aktion von EA, mit der sie vielleicht ein wenig länger Zeit gebraucht hätten, um das Spiel zu perfektionieren. Aber nach einigen Milliarden Patches, genauso wie ein Cyberpunk, ja Cyberpunk, wir gucken hier auf dich, wurde Battlefront ein wirklich gutes Spiel und meiner Meinung nach absolut spielbar aktuell. Aber auch hier hat EA mal wieder viel zu sehr auf ihre Tasche geschaut und gar nicht auf den Endnutzer, nämlich uns. Und das ist wieder ein weiteres Problem, du kommst in ein Spiel rein, zahlst deine 60, 70 Euro, du brauchst schon den Fernseher oder die Geräte, um dieses Spiel überhaupt sauber laufen zu lassen. Und du wirst einfach nur in den Boden gestampft und enttäuscht. Aber gut, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar sind das für mich Bugs in Videospielen und da kommt mir ein Gaming Developer direkt in den Kopf, von dem ich schon viel zu viele Spiele gespielt habe, wahrscheinlich wie wir alle. Und das ist Ubisoft. Jedes Jahr aufs Neue, unfertige Spiele mit einer Milliarde verschiedenen Bugs. Ich meine, man sagt doch nicht umsonst, gute Dinge brauchen Zeit. Ich verstehe nicht, warum Ubisoft ihren Spielen nicht einfach noch ein halbes Jahr Produktion länger gibt, dieses halbe Jahr, was das Spiel gerade noch gebraucht hätte, um perfekt zu sein. Denn Ubisoft bringt wirklich gute Spiele raus. Far Cry, Assassin's Creed sind extrem geile Spielereien, die ich alle auch schon sehr viel gespielt habe. Selbst das Problem, dass Assassin's Creed zu repetitiv ist, haben sie behoben. Ich kann mich noch daran erinnern, wenn mein Onkel vor 10 Jahren, 2012, wie er gesagt hat, ja, ich hole mir kein Assassin's Creed mehr, weil es ist einfach immer nur das Gleiche. Mittlerweile mit Odyssey oder mit Valhalla haben die so riesige, extrem krasse Spiele mit perfekten Grafiken. Warum geben die den Spielen nicht einfach noch ein halbes Jahr mehr Zeit, wie zum Beispiel mit Valhalla mit den fucking Sounds? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, wenn nicht, ich blende euch jetzt ein Beispiel ein. Unser neues und fertiges Spiel wird 70 Euro kosten, gib uns dein Geld, also kauf es, es ist innovativ und neu. Unser neues und fertiges Spiel wird 70 Euro kosten, gib uns dein Geld, also kauf es, es ist innovativ und leidig 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 und leidig. A Fight Like A Viking trifft es wirklich gut, denn du musst wirklich wie ein fucking Wikinger kämpfen, wenn du das Spiel aushalten willst. Obwohl, zwei, drei Jahre später haben sie größtenteils alle Fehler gepatcht, Freunde, Ace Valhalla ist spielbar, viel Spaß. Aber gut, genug auf Ubisoft rumgetrampelt, machen wir weiter mit Nummer 3 der Verantwortlichen. Eigentlich tut es mir schon fast leid, das so sagen zu müssen, denn wir sitzen hier gemeinsam im Boot, aber die Wahrheit ist, ein großer Hauptteil, warum diese Spiele so ranzig rauskommen. Sind wirklich wir. Wir sorgen dafür, dass die Publisher dieser Spiele immer wieder neues Geld in die A***** kommen und immer wieder so ranzige Kacke rausbringen können. So ranzigen Mist, wirklich. Es ist unglaublich. Ranzige Games, in denen du dir dann irgendeinen Vorteil noch erkaufen kannst durch abgeranzte Dreckslootboxen, damit dieses Game überhaupt noch irgendwie aushaltbar ist. Wo dann kleine Kinder die Kritik hat, ihre Mutter klauen und 5000 Euro ausgeben und die Mutter dann im Bankrott sitzt und nichts mit ihrem Leben mehr anzufangen weiß. Aber Hauptsache der Publisher hat geballert, weil die irgendeinen Psychologen dahin gesetzt haben, dass der das Spiel auf Krampf so baut, dass kleine Kinder Psychosen bekommen, wenn sie keine Lootboxen kaufen, Mann. Ich war selber schon in dem Loch drin. Das ist echt scheiße, wenn du der Beste sein willst von deinen Kollegen und so und dann kommt da so eine ranzige Kacke raus, die aber jeder irgendwie feiert, weil es einfach das Neueste und das Beste ist. Also man, es ist offensichtlich, wir sind das Problem dabei, Freunde. Denn wir sind nun mal einfach diejenigen, die diese Spiele kaufen. Wir sind ein Großteil dieses Problems und ich bin sehr gespannt auf GTA 6, weil die sich dabei sehr viel Zeit lassen. Red Dead Redemption 2 war auch schon sehr geil, auch wenn das Spiel ein paar Bugs hatte, aber ich bin sehr gespannt auf GTA 6. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Dann kann ich nur sagen, Freunde, boykottiert diese ranzigen Drecksgames, kauft euch nicht zum zehnten Mal fucking FIFA. Wenn das neue Assassin's Creed gut ist, macht was ihr wollt, aber geht nicht wieder in die Lootboxenfalle rein und gebt irgendwie in einem Jahr 500 Euro aus für irgendwas, was ihr direkt im nächsten Jahr drauf nicht mal mehr mit dem Arsch angucken werdet. Nicht mal ein Finger wird dahin bewegen, wenn FIFA 24 draußen ist, wirst du nie wieder FIFA 23 überhaupt nur dran denken. Niemals mehr. Ich würde sagen, lasst hoffen, dass richtig geile Games rauskommen, die ballern. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kuss, kuss, kuss. Wir sehen uns im nächsten Video und let's fucking go. Okay.